In unserem heutigen Video soll es einmal um das Thema Privileged Identity Management gehen oder kurz PIM. Das ist eine Alternative zur klassischen Administratorenverwaltung, wo wir nicht unbedingt einem User permanent beispielsweise den Global Admin geben, sondern vielmehr einen User für eine bestimmte Zeit berechtigen oder auch einstellen, dass er sich erst eine Genehmigung abholen muss, bevor er diese Berechtigung bekommt. Gerade bei Dienstleistern sollte dieses Verfahren gewählt werden. Wie das Ganze funktioniert, wie man es einstellt, was die Benefits sind, schauen wir uns jetzt einmal an. Zunächst springen wir einmal in den Admin-Bereich und hier gehen wir in den Bereich Azure Active Directory. Ich werde den ersten Step einmal hier drüber durchführen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, über portal.azure.com zu gehen, werden wir uns gleich auch einmal anschauen. Um nun den Privileged Identity Manager zu finden, können wir im Suchfeld einfach nach PIM suchen. Dann kommen wir direkt da drauf oder wir gehen auf Azure Active Directory, haben hier den Punkt Identity Governance. Wenn wir hier draufklicken, müssen wir kurz ein wenig warten. Jetzt hat er es geladen und in dem Bereich können wir nun einmal auf Azure AD Rollen klicken und sind nun hier oben in dem Bereich Privileged Identity Management, da wo wir hinwollten. Um nun eine Berechtigung zu vergeben, gehen wir einfach hier auf Verwalten und können nun hier oben eine Rolle zuweisen. Ganz wichtig ist, um das machen zu können, braucht ihr entweder eine Azure Active Directory Plan 2 Lizenz oder EMS E5. Wenn ihr eine dieser beiden Lizenzen habt, könnt ihr das machen. Wenn ihr diese Lizenzen nicht habt, könnt ihr diese Einstellung nicht vornehmen. Ich klicke nun auf Zuweisung hinzufügen, werde zunächst einmal gefragt, welche Rolle ausgewählt werden soll. Hier haben wir eine Vielzahl von Administratorenrollen, deswegen suchen wir einmal nach dem Exchange Administrator. Da haben wir ihn auch schon. Und hier in dem Bereich kann ich nun ein Mitglied auswählen. Wir werden dort einmal den Peter eintragen, denn wenn wir einmal auf Office 365 gehen, schauen wir uns hier einmal seine Apps an. Aktuell hat er nicht die Möglichkeit, ins Admin Center zu springen. Das werden wir gleich ändern, denn hier wählen wir zunächst einmal den Peter aus. Wir suchen ihn, klicken einmal drauf, gehen auf Auswählen. Wir haben auch die Möglichkeit, mehrere Personen hier hinzuzufügen. Brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. Mit Weiter springen wir in dieses Feld. Und das ist eigentlich das Wichtigste, denn wir haben hier einmal den Punkt Berechtigt und Aktiv. Berechtigt heißt, ich gebe die Rolle Administrator an die Person weiter. Doch diese Person muss, bevor sie aktiv wird, erst einen Genehmigungszyklus durchführen. Und wenn der positiv bestätigt wird, hat die Person erst die Möglichkeit, im Admin Center was zu ändern. Aktiv heißt, die Person bekommt direkt die Aktivität für dieses Admin Center. Und ich klicke hier einmal drauf. Wie wir sehen, beide haben die Möglichkeit, die Zuweisung dauerhaft durchzuführen oder für eine bestimmte Zeit. Bei Aktiv muss ich zwingend eine Begründung eintragen, werden wir uns gleich einmal anschauen. Doch zunächst fangen wir einmal hier in dem Bereich Berechtigt an. Wenn ich permanent aushake, muss ich hier eintragen, von wann bis wann diese Berechtigung gesetzt werden soll. Bei Dienstleistern würde ich hier immer eine Zeitspanne eintragen. Hat auch den netten Nebeneffekt, wenn ihr vergessen solltet, und das passiert sehr oft, eine Berechtigung zu entziehen, passiert das vollkommen automatisch. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Wenn das jetzt Personen sind, die in eurem eigenen Unternehmen sind, kann man permanent berechtigen. Man kann diese Berechtigung aber auch immer für eine bestimmte Zeit ausstellen und die dann immer wieder nachberechtigen und verlängern. Das ist auch möglich. Wir bleiben einmal bei Permanent berechtigt, gehen auf Zuweisen. Und nun ist die Zuweisung durchgeführt. Hier in dieser Liste sehen wir jetzt alle Administratoren. Ich filter einfach mal. Wir haben hier die Global Administrator. Wir finden hier einmal den Notfall-Admin und meinen. Was wir jetzt nicht gefunden haben, war, ich springe nochmal eben zurück in die Übersicht, was wir jetzt hier nicht sehen, dass zum Beispiel im Bereich Exchange-Admin etwas aktiviert ist. Weil wir haben die Berechtigung erst einmal vergeben und der User, in dem Fall Peter, muss diese Aktivierung erst einmal durchführen. Denn, ich springe noch einmal hier in seine Übersicht, hier ist es so, es ist besser, sich nochmal bei Office 365 anzumelden. Wenn ihr einfach nur aktualisiert, kann es sein, dass ihr die Kachel nicht hinzuschaltet. Hier haben wir noch nicht die entsprechende Kachel. Deswegen gehen wir einmal auf portal.azure.com. Nun sind wir im zweiten Admin-Center, wovon ich gesprochen habe. Hier haben wir schon das PIM drin. Alternativ können wir hier oben natürlich auch nach PIM suchen. Wir sehen jetzt hier Azure AD Privileged Identity Management. Klicken da drauf und die Übersicht ist dieselbe wie das, was wir eben gesehen haben. Nun schaue ich mir hier oben den Punkt meine Rolle an. Wie ihr seht, habe ich hier auch noch weitere Punkte. Ich kann alle meine Anforderungen im Nachgang anschauen. Ich kann schauen, welche davon genehmigt wurde, welche abgelehnt wurde. Also hier habt ihr auch nochmal so ein bisschen die Möglichkeit zu verfolgen, wann ihr welche Berechtigung gestellt habt. Wir gehen auf meine Rolle und hier sehen wir auch schon den Exchange Admin. Wir haben eine direkte Zuweisung. Die ist permanent, hat kein Ablaufdatum. Und über Aktion können wir das Ganze jetzt aktivieren. Ich klicke einmal drauf. Wenn ihr Multifaktor habt, müsst ihr im Normalfall das im Vorfeld aktivieren. Das habe ich jetzt getan. Und nun kann ich sagen, ich muss jetzt in den nächsten drei Stunden etwas tun. Trage hier nochmal die Begründung ein. In dem Fall ist diese Tätigkeit, die ich hier eingetragen habe, sogar Bestandteil des Exchange Admins. Ich könnte auch noch eine Startzeit definieren, wo ich dann quasi im Vorfeld eine Genehmigung anfordere und sage, morgen um 10 Uhr möchte ich damit anfangen. Und ab 10 Uhr morgen würden dann diese drei Stunden gelten. Das möchte ich jetzt in dem Fall nicht. Ich habe alle meine Einstellungen getätigt, klicke auf Aktivieren und nun werden drei Stufen durchgeführt. Ihr habt hier auch die Möglichkeit einzustellen, dass diese Genehmigung von einem Admin per Mail bestätigt werden muss. Das habe ich jetzt in meinem Fall nicht. Heißt im Endeffekt, jeder kann diese Bestätigung durchführen, diese Genehmigung, weil ich zum Beispiel nicht möchte, wenn ein Dienstleister erst um 20 oder 22 Uhr mit seiner Tätigkeit anfängt, dass ich dann erst noch um diese Uhrzeit eine Genehmigung bestätigen muss. Nun habt ihr gesehen, geht das eigentlich recht schnell. Und wenn wir uns hier nochmal unsere Rolle anschauen, hier sehen wir nochmal unser Konstrukt, gehen auf aktive Zuweisungen und haben nun hier die Aktivierung unserer Adminrolle. Wir haben hier auch die Endzeit, wann das Ganze abläuft. Endisch kann ich das auch nochmal deaktivieren. Und was ganz wichtig ist, schauen wir einmal nach. Hier hat das jetzt mit der Aktualisierung geklappt. Wir sehen nun hier die Kachel Admin, gehen dort drauf. Ich zoome mal ein bisschen rein, damit ihr besser sehen könnt. Gehe auf alle Anzeigen. Und der Vorteil ist, hier wird jetzt auch nur die Kachel für den Exchange Admin Bereich angezeigt. Klicke hier drauf und schon hat Peter die Möglichkeit, hier oben sehen wir es auch nochmal, im Exchange Admin Center für die nächsten drei Stunden zu arbeiten als vollwertiger Admin. Danach hat er diese Berechtigung nicht mehr und muss sie nochmal neu anfordern. Das war es jetzt mit diesem Anforderungsprozess. Wir sind wieder zurück in meiner Übersicht. Ich aktualisiere hier jetzt einmal und versuche neu, das hat nicht geklappt. Hier aktualisiere ich jetzt nochmal und nun, genau, jetzt hat es geklappt. Sehen wir den Exchange Admin. Wir haben eine aktive Berechtigung und hier im Bereich Berechtigt sehen wir auch, dass das über das Berechtigungssystem gelaufen ist. Bei den Global Admins sehen wir es nicht, dadurch, dass die über eine direkte Rollenzuweisung damit ausgestattet sind. Das war jetzt Punkt 1. Gehen wir einmal in Punkt 2. Ich sage jetzt einmal, ich brauche wieder ein Exchange Admin. Hier sehen wir unseren Peter. Gehe auf Zuweisung hinzufügen. Diese Vorauswahl wird automatisch getroffen. Und als nächstes werden wir uns einmal die Petra nehmen. Ich springe hier in die Übersicht. Wir sehen wieder, dass Petra keine Möglichkeit hat, aktuell aufs Admin Center zuzugreifen. Das ist auch soweit korrekt. Nun wählen wir einmal die Petra aus. Da haben wir sie. Klicken auf Auswählen. Name und E-Mail-Adresse stimmen soweit. Wir gehen auf Weiter. Und nun schauen wir uns den Punkt aktiv an. Und in dem Fall gebe ich ihr jetzt eine Berechtigung für ein ganzes Jahr. Denn sie soll sich in dem Bereich Admin einarbeiten. Nun muss ich eine Begründung eintragen. Da habe ich nun eingetragen, Einarbeitung als Exchange Admin. Ist auch durch das Häkchen hier soweit korrekt. Wir können die Zuweisung durchführen. Die Zuweisung wurde erteilt. Nun können wir hier nochmal schauen bei aktive Zuweisung. Hier haben wir jetzt die Petra drin. Status ist zugewiesen. Bei Petra haben wir eine Aktivierung. Wir sehen auch hier haben wir schon mal optisch einen Unterschied. Springe nun einmal zurück. Aktualisieren das Ganze. Hat jetzt nicht geklappt. Deswegen gehe ich einmal über office.com Hat auch noch nicht geklappt. Wir müssen einmal kurz warten. Nun hat die Änderung gegriffen. Das Ganze hat hier unten knapp zwei Minuten gedauert. Parallel bin ich auch nochmal ins Azure Portal gesprungen. Und hier in der Rolle des Exchange Admins sehen wir es hier auch nochmal. Unter aktive Zuweisung haben wir eine direkte Zuweisung. Status ist auf zugewiesen. Wir haben hier ein Enddatum. Haben hier nicht die Möglichkeit, das manuell zu deaktivieren oder zu erweitern. Das müsste dann vom entsprechenden Admin durchgeführt werden. Also nochmal eine etwas andere Übersicht als das, was wir bei Peter eben gesehen haben. Nun springen wir einmal hier zurück. Gehen auf den Punkt Admin. Nun befinden wir uns mit Petras Account im Admin Center von M365. Klappen das Ganze hier wieder auf. Sehen die Kachel Exchange. So wie es auch bei Peter der Fall war. Klicke hier drauf und wir befinden uns ebenfalls im Exchange Admin Center. Da, wo wir hinwollten. Und anders als bei Peter musste ich jetzt keinen Genehmigungsprozess starten, sondern über die Aktivaktivierung habe ich die Berechtigung direkt zugewiesen bekommen, ohne dass ich da groß permanent tätig werden muss. Und wie wir auch gesehen haben, diese Zuweisung ist jetzt nicht unbedingt für ein Jahr, aber bis zum 14.01.2022 kann sich Petra komplett und uneingeschränkt im Bereich Exchange Admin Center austoben. Kann hier alles machen, was ein normaler Admin auch kann. Da haben wir gar keine Einschränkungen. Aber mit dem Hintergrund, dass Petra hier nur bis zum 14.01. etwas machen kann. Ab dem 15.01. kann sie hier nichts mehr machen. Dann würde ihr die Berechtigung entzogen werden. Und dann müssten wir einmal schauen, ob wir diese Berechtigung erweitern oder ob wir ihr eine neue zuweisen. Gerade für die Dienstleister sollte das unbedingt gemacht werden. Und im Allgemeinen für die normalen Admins eigentlich auch. Denn ihr braucht nicht unbedingt eine Handvoll Global Admins. Je weniger, desto besser. Über diese direkte Rollenzuweisung könnt ihr euer Sicherheitslevel noch mal etwas erhöhen. Denn das ist dann wirklich jetzt auch schon ein sehr, sehr hohes Level im Bereich Security und auch Compliance. Das hat für den Admin nicht ganz so viel Bequemlichkeit. Aber der Admin ist nicht dafür da bequem zu arbeiten, sondern soll sicher arbeiten. Hat sehr viel Verantwortung. Und das ist noch mal ein kleiner Baustein, um euer komplettes System, gerade den Admin-Bereich, ein wenig sicherer zu machen. Also wie ihr seht, nicht nur Volkswagen kann Just-in-Time und Just-in-Sequence, sondern Microsoft kann das auch schon seit längerem. Aber die wenigsten nutzen diese Funktion. Und das ist noch ein kleiner Baustein.